Was ist ein Krampfgeschwür? Ein Krampfadern ist eine schmerzhafte, blutige Lesion, die auf der Haut auftritt, wenn die darunterliegenden Venen das Blut nicht effizient pumpen können. Geschwüre treten sehr häufig bei älteren Menschen auf, die an altersbedingten Durchblutungsstörungen leiden. Bestimmte Erkrankungen wie eine tiefe Venenthrombose können bei jüngeren Patienten zu Ulzerationen führen. In den meisten Fällen treten Krampfadern an den Schienbeinen, Waden oder in der Nähe der Knöchel auf. Die Behandlung von Krampfadergeschwüren hängt von ihrer Größe und Ursache ab, die meisten Patienten können sich jedoch durch regelmäßiges Anheben und Trainieren ihrer Beine erholen. Venen in den Beinen und an anderen Stellen im Körper bringen das verbrauchte Blut zurück in das Herz, damit es mit Sauerstoff versorgt und im Kreislauf gefahren werden kann. Wenn eine Vene von einem Blutgerinnsel oder einer Gefäßverengung betroffen ist, steigt der Blutdruck im Gefäß ein und übt Druck auf die Wände aus. Schließlich beginnt Blut aus der Vene auszuströmen und bildet im umgebenden Gewebe eine stagnierende Lache. Wenn Geschwüre in der Nähe der Haut auftreten, bilden Gewebeschäden und Blutansammlungen eine dunkelrotte Läsion. Eine Beinvene ist am wahrscheinlichsten von einem Krampfadern betroffen, da die Venen in den unteren Extremitäten relativ weit vom Herzen entfernt sind. Während die Venen in den oberen Extremitäten und im Oberkörper häufig über dem Herzen liegen, müssen die Beinvenen die Schwerkraft bekämpfen, um Blut abzuleiten. Ein Gerinnsel irgendwo entlang einer Vene oder Arterie im Bein kann zu Überdruck und eventuell zu Ulzerationen führen. Fettleibigkeit, Blutduchdruck, Atherosklerose und tiefe Venenthrombose können alle zur Entwicklung eines Krampfaders beitragen. In den meisten Fällen tritt ein Krampfadern im Laufe der Zeit langsam auf. Möglicherweise bemerkt eine Person einen kleinen Hautfleck am Bein, der allmählich dunkler wird. Die Haut kann trocken und schuppig sein, und die Entwicklung von Geschwüren juckt oft. Sobald sich eine Läsion zu bilden beginnt, wird der Fleck empfindlich. Darüber hinaus kann ein offenes Geschwür leicht infiziert werden und mehr Schmerzen, Schwellungen und Entzündungen verursachen. Personen, die Anzeichen eines Krampfgeschwürs bemerken, sollten einen Termin mit ihrem Arzt vereinbaren, damit eine sorgfältige Untersuchung durchgeführt werden kann. Ein Arzt kann in der Regel ein Varikosegeschwür einfach durch Untersuchen diagnostizieren, es sind jedoch weitere Untersuchungen erforderlich, um nach einer zugrunde liegenden Ursache zu suchen. Blutuntersuchungen, Echokardiogramme und Computertomographies kannst können einem Arzt helfen, Blutgerinnsel und andere Probleme zu erkennen. Bestimmte Erkrankungen, einschließlich schwerer tiefer Venenthrombosen, erfordern eine sofortige medizinische und chirurgische Behandlung, bevor schwerwiegende Komplikationen auftreten. Wenn ein Krampfgeschwür kein Anzeichen für eine potentiell schwerwiegende Erkrankung ist, erhält ein Patient in der Regel Informationen zur häuslichen Pflege. Durch das Anheben des Beins und regelmäßige Bewegung wird die Durchblutung verbessert und die Heilungszeit eines Geschwürs verkürzt. Ein Arzt kann auch vorschlagen, die Wunde mit einem Verband oder einer speziellen Beinwicklung zu komprimieren, um zu verhindern, dass ein Geschwür größer wird. Die vollständige Heilung von Läsionen dauert in der Regel mehrere Monate, die Symptome werden jedoch normalerweise innerhalb weniger Wochen durch Befolgen eines Arztes beseitigt.